Guten Morgen! Heute habe ich, oder jetzt gerade, habe ich in meinen Mehlkasten geschaut und gefunden eine Nachricht von YouTube, dass mein Kanal überprüft wird und ich möchte dazu meine Gedanken mit euch teilen und weil das betrifft einige YouTube-Kanäle und auch einen kleinen Ausblick geben, was passiert und bei verschiedenen Optionen, was passiert mit mir. Also, zum einen, der Kanal wird überprüft. Das ist ein Tatbestand, der andere YouTuber in Panik versetzt oder sich ungerecht behandelt fühlt und das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich finde es sehr gut, dass YouTube-Kanäle überprüft werden. Ich finde es sehr gut, dass Menschen, die gegen andere Menschen hetzen, dass Menschen, Menschen, die Heilsversprechen machen mit ganz, ja, sehr, sagen wir mal, mit alternativer Medizin, wo es einfach nur ein paar vielleicht Erfahrungsberichte gibt, aber keine Grundlage und entsprechend finde ich es sehr gut, wenn Kanäle überprüft werden und auch gesperrt werden, die Menschen in Gefahr bringen können oder die Menschen gegen andere Menschen aufwiegen und deswegen habe ich das gelesen und habe gedacht, gut, das ist echt gut, was YouTube macht. Nun kann es natürlich sein, dass, ich mache zwar keine alternativen Heilsversprechen, sondern teste die Dinge, sage, wie das aus meiner Sicht wirkt, aber bei so vielen YouTube-Kanälen kann es durchaus sein, dass, ja, YouTube, dass diese Überprüfung, dass sie, ja, nicht ganz so ins Detail gehen und so ein bisschen den Sinn meines Kanals nicht erfassen, das würde ich dann auch nicht verübeln, das ist ein Unternehmen, das muss profitabel arbeiten und da fallen halt manche durchs Sieb. Das ist genauso wie in unserem Sozialsystem, dass es ein sehr, sehr gutes, aber ein paar fallen halt durch Sieb, weil sie halt in irgendeiner Weise dann halt nicht standardisiert sind. Also es kann auch durchaus sein, dass mein Kanal, wo ich denke, dass dieser Kanal im Endeffekt nichts ist, was den Menschen schadet, sondern er den Menschen hilft, vielleicht die Menschen ein bisschen aufregt manchmal, den konditionierten Wutbürger vielleicht, aber, ja, im Großen und Ganzen ist das vollkommen in Ordnung, was jetzt abgeht, das möchte ich sagen, ich möchte auch ganz, auch wenn es mich jetzt betrifft, ganz vehement dafür einstehen, dass ihr euch nicht anstecken lasst von Panik und jetzt wird alles zensiert und es ist eine große Verschwörung und die Politik und alles das, ja, dass ihr ruhig bleibt und selbst wenn mein Kanal gesperrt wird und uns das wahrscheinlich allen ungerechtfertigt vorkommt, so ist es dann eben so und so entspricht das dann eben dem Zeitgeist einerseits und zum anderen, wie gesagt, YouTube ist ein Unternehmen, es tut uns kostenlos Sachen zur Verfügung stellen, dass wir unsere, ja, unsere Message verbreiten können und dafür bin ich sehr dankbar, YouTube und, ja, und dann, was passiert dann, ne? Es kann zum einen sein, dass ich versuche dann auf einer anderen Videoplattform auszuweichen, das kann sein, aber ich habe in den letzten Jahren, in dem ich den Weg gegangen bin an die Öffentlichkeit und direkt mit der Öffentlichkeit auch immer noch parallel meine Coachings gemacht und ich habe ganz eindeutig den Eindruck, dass wenn ich real mit Leuten arbeite, dass ich da Menschen mehr helfen kann. Ich werde meinen Weg nicht verlassen, ich werde meinen Weg weitergehen, ich werde Menschen helfen, das beseelt mich, das ist einfach das, was sich richtig anfühlt und das, was ich mein Leben lang tun werde und werde Menschen weiter inspirieren, aber wahrscheinlich dann nicht mehr öffentlich, das heißt, ich werde mit YouTube, mit Videos dann aufhören und werde einfach, ja, das ich jetzt schon tue und was ich auch in letzter Zeit ein bisschen ausgebaut habe, das heißt, ich habe halt die ersten Vorträge gehalten, ich habe bei den Coachings das für mich ein Gefühl entwickelt, auch eine gewisse, ja, dass ich am Anfang bei meinen ersten Coachings habe ich einfach nur instinktiv gehandelt. Mittlerweile durch das ganze Wissen, durch die Bücher, durch viele Gespräche, habe ich auch immer so einen Leitfaden und kann da ein bisschen strukturierter arbeiten, kann besser helfen, intensiver helfen und ich werde in Zukunft, je nachdem wie es angenommen wird, ein War Spirit Camp anbieten, das ist ein, ja, es geht über ein Wochenende und ein War Spirit Love Camp, das geht auch über ein Wochenende. Diese beiden Sachen werden in Zukunft kommen, das wird am Anfang wahrscheinlich dann mit sechs Menschen passieren, weil ich will einfach schauen, wie viele Menschen kann ich gleichzeitig helfen oder gleichzeitig inspirieren und geht das wirklich nur eins zu eins oder geht es vielleicht auch mit sechs Menschen und, ja, da wird es eben die beiden Camps geben und, ja, und da wird es so in die Richtung eben gehen, dass ich tatsächlich nicht mehr per YouTube, sondern das einfach, ja, face-to-face. Das heißt, ihr könnt mich jederzeit erreichen. Ich werde natürlich online immer präsent bleiben mit irgendeiner Weise. Die Menschen, die bereits im War Spirit Circle sind, das heißt, die einfach ihre Mailadresse auf meiner Seite www.uarspirit.de eingegeben haben, bekommen ja jetzt schon einmal alle zwei Monate oder einmal im Monat eine Nachricht, was meine Pläne sind, was ich tue, dann entsprechend, wenn ich mal, ich glaube, ich habe sogar schon, ach ne, habe ich noch nicht, aber das wird kommen, es gibt Videos, die ich nicht öffentlich stelle, aus dem einfachen Grunde, weil ich, weil, weil sie Videos sind, die sind so aus einem, aus einer Unbewusstheit heraus entsprungen und sind nicht, ähm, so formuliert, dass sich möglichst wenige angegriffen fühlen, sondern sie sind, das ist jetzt nichts Schlimmes, also, jetzt im Standard zu anderen, aber ich habe einfach so das Gefühl, ja, das könnte zwar Menschen helfen, das aber vielleicht ein bisschen angreifend formuliert, da geht es vor allem um, ähm, Haustierhaltung in einem Video und, ähm, ja, und das sind dann die, die ich dann im War Spirit Circle dann einfach, äh, das sind auch YouTube Videos, die sind einfach nicht gelistet, ähm, deswegen, wenn ihr manchmal ein Video von mir findet, was irgendwie bloß 100 Views hat oder sowas, sind einfach nicht gelistete Videos, die findet ihr nur, wenn ihr die Adresse habt und, ja, genau, die werde ich dann im, dann in diesem Circle dann posten, also im Endeffekt so eine, so eine Mail-Liste, wo ich halt einmal Monate, einmal als zwei Monate einfach so mein persönliches Befinden, äh, ja, preisgebe und, ja, wenn ihr weiter Kontakt halten wollt zu mir, dann tragt euch dort einfach ein, ihr könnt euch dort die jetzt auch austragen, wenn euch das, äh, nicht gefällt, aber wie gesagt, ich, äh, müsste eigentlich viel häufiger mich da an euch wenden und das ist doch nicht irgendwie Werbung oder dass ich da Produktsachen mache, sondern da geht es wirklich, ich teile einfach nur mein Gefühl, es ist einfach nur ein Text, es sind auch keine Bilder dabei oder kein, äh, äh, ja, so und jetzt, äh, das und das und, ja, es ist halt einfach nur meine Gedanken, genau, also, das dazu, das heißt, mein Weg wird auf jeden Fall weiter in die Richtung gehen und, äh, ja, wenn bei der Prüfung das rauskommt, wovon ich ausgehe, dass der YouTube-Kanal in Ordnung ist, ja, dann wird es auch erstmal auf YouTube weitergehen und, ja, für mich ist es nur sehr, sehr wichtig, ganz wichtig, das Hauptanliegen des Videos, dass ihr euch nicht anstecken lasst von der Panik, die derzeit grasiert, YouTube-Welle, wird alles gesperrt und, also, dass man Zensur, alles zensiert und alles, was irgendwie alternativ ist und alles Dings und die Großen und die Dings, das kommt alles aus der Szene der Verschwörungstheoretiker, der Menschen, die immer alles, äh, sozusagen, ja, sie sich abgrenzen wollen und alle sind böse und das und, ähm, ich kann nicht sagen, dass das weniger gefährlich ist als Menschen, die offen ihren Hass, äh, gegen andere Kulturen oder gegen anderes Geschlecht, gegen, also homophobe Menschen, ähm, dass das schlechter ist. Alles, was auf Abgrenzung geht, ist schlecht und deswegen, äh, lasst keinen Keil zwischen euch treiben und Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten, die in der Politik arbeiten, äh, wir sind alles Menschen und jeder hat so seinen, ja, seiner, seinen Kanal, seinen Tunnel, in dem er gerade ist, aber uns alle verbindet, dass wir uns lieben und die Anpassungen, die jetzt passieren, die passieren eben und wie gesagt, manchmal empfinde ich die vielleicht auch nicht als gerechtfertigt, aber sie passieren und wenn sie passieren, dann passieren sie eben und dann muss man halt selber mit seinem Herzen halt weiter seine Message, ja, von Herz zu Herz vielleicht tragen, das kann niemand verhindern und das werde ich auch tun und von daher, ja, bleibt entspannt, alles was kommt, kommt, lasst euer Herz offen, liebt die Menschen, geht mit Respekt und Demut in die Welt, alles ist gut.